servus liebe bull of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem ja wie soll ich sagen eher kontroversen thema eventuell und zwar von dem streamer youtuber ww personality man kennt ihn höchstwahrscheinlich asmund gold und zwar hat er einen neuen beitrag veröffentlicht wo es darum ging blizzard hat für die ankündigung beispielsweise von burning crusade classic teilweise viel kritik einstecken müssen rund um das thema mikrotransaktionen und so weiter und so fort und asmund gold hat seinen post gewidmet zum einen dieser steigenden negativität in der wo w community und der tatsache was in seinen augen am spiel falsch läuft ich finde diesen post ziemlich interessant muss ich sagen dementsprechend möchte ich ihn euch ein bisschen vorstellen ich kann nur raten wenn ihr des englischen mächtig seid lest euch das ganze gerne mal durch weil er geht da auf ein paar punkte ein die ich sehr gut nachvollziehen kann oder die verstehe er fängt an mit weil sie nicht seit anfangen ww kommen die leute aus dem eck und sagen ww ist dead das und das hat das spiel getötet und so weiter und so fort das muss ich sagen höre ich auch seitdem ich diesen kanal habe eigentlich täglich und da hat er einfach recht das ist schon immer so seit dem spiel seit es das spiel gibt aber letzten endes hält sich world of warcraft trotzdem über wasser und das war in der vergangenheit weil es ein echt gutes spiel war und da ist erstmal gold jetzt so ein bisschen wie soll sagen nicht mehr so der meinung er sagt dann dazu dass ww früher ein spiel war wo du gerne deine zeit drin verschwenden wolltest und heute ist es ein spiel mit dem du einfach nur deine zeit verschwendest oder dass deine zeit verschwendet und am besten finde ich die metapher von belula gaming habe ich noch nie gehört aber ich habe es hier drin gelesen und ich fand es echt lustig da ging es darum wie blizzard die das spiel designt und zwar wurde es verglichen mit world of warcraft ist als würdet ihr einen leckeren riesigen salat essen aber es ist ein penis mittendrin ich weiß nicht wie man auf diese metapher kommt aber schreiben du kannst versuchen drum herum zu essen du kannst dressing drüber machen du kannst so tun als wäre er nicht da aber letzten endes bleibt dass es ist ein penis im salat wenn ich das jetzt mal auf ww beziehen würde würde ich einfach sagen du hast zwar mechaniken die grundsätzlich spaß machen aber irgendwas ist immer da was die freude daran trübt und du kannst versuchen es zu ignorieren drum rum zu spielen aber irgendwann wirst du immer an den punkt kommen wo dich diese mechanik oder dieses ding was blizzard da eingebaut hat stört und da muss ich sagen hat er durchaus recht er kommt damit zu sprechen dass blizzard immer neue systeme ins spiel bringt seit jahren und es schon in der alpha beta vorschläge gibt hier bringt diese quality of life changes beispielsweise twinks seelenasche schicken blizzard hat also wohl diese vorschläge von der community schon früher bringt sie aber erst sehr spät ins spiel einfach damit wir als spieler noch mehr zeit ins spiel stecken so geht das aus diesem text zumindest hervor und was ich auch ganz passend finde was er dann schreibt hier geht es dann so ein bisschen um so ein paar quality of life sachen und bfa und sein feedback und so weiter und so fort dass world of warcraft oder blizzard mit ww mit jeder erweiterung das rad neu erfinden möchte und dann schreibt er aber anstelle von einem rad bringen sie in jedem spiel ein hoverboard rein und wir bauen dieses hoverboard immer von grund neu auf wie wird es fliegen welchen sprit benutzt es und so weiter und so fort und wenn wir irgendwann an den punkt kommen wo das hoverboard halbwegs läuft schmeißen wir es weg und fangen an neues zu entwickeln und auch da muss ich ihm recht geben das stimmt schon wir kriegen jedes spiel neue mechaniken die am anfang meistens nicht so geil laufen und nicht so gut bei den spielern ankommen siehe legendaries in legion wo auch einiges an drop rate und so weiter und so fort gefixt wurde bevor die spiele halbwegs damit zufrieden waren und dann wenn es erstmal halbwegs läuft wird alles über bord geschmissen und wir kriegen eine neue mechanik und da muss ich sagen hat er definitiv recht und das alles hat einfach nur den zweck dass wir bei der stange bleiben dass wir dieses spiel weiter spielen er nennt zum beispiel beispielsweise das hoverboard von shadowlands ist torgast es wurde angekündigt als endlos dungeon roguelike wo ihr immer wieder reingehen könnt und dies und das und er sagt jetzt aktuell hat es fünf prozent seines potenzials mit patch 9.1 sind es vielleicht 15 und am ende des addons hat 50 prozent des potenzials und dann wird es über bord geschmissen und er wünscht sich einfach mehr mut von den entwicklern einfach mal wieder innovativ zu sein coole neue inhalte zu bringen die uns spielern auch begeistern und nicht immer einen so auf vorsichtig machen und sich erst langsam rantasten und dies und das dann sagt er noch warum er das ganze schreibt ist weil er das spiel liebt und nicht weil das aktuell scheiße findet es gibt zwar sachen die ihn nerven aber er möchte dass dieses spiel erfolg hat und ja weiter bestehen bleibt und ich finde ich persönlich bin kein riesen erstmal gold fan aber was man ihnen definitiv nicht vorwerfen kann ist die tatsache dass er sehr sehr involviert ist in world of warcraft dass er das spiel mag und dass er da auch gerne zeit drin investiert und ich finde er hat im kern mit den sachen die er anspricht nicht unrecht und dann kamen noch ein paar sachen wie streamers lootbag hier tauli hat sich dazu gemeldet zu dieser ganzen geschichte wo dann auch noch diskutiert wurde drum beispielsweise weiß ich nicht zum beispiel tauli hat dann geschrieben ja das er zwar alles im großen und ganzen recht hat aber dass sie ja eigentlich teil des problems sind indem sie immer immer weiter spielen und halt nicht aufhören blizzard geld in den rachen zu schieben daraufhin meint dann erst mal gold ja aber dass auch diese streamer an sich ein anderes problem noch mit sich bringen ist eben dadurch dass viele leute mit ihnen spielen wollen und dann sehen wie kann ich denn jetzt mit erst mal gold zusammenspielen da gibt es einen geilen boost in burning crusade den bezahle ich jetzt und dann kann ich mit ihm zusammenspielen und somit werden auch solche mikrotransaktion gefördert und erst mal gold erwähnt dadurch halt auch dadurch wird sich nicht groß viel ändern weil blizzard zwar viele spieler verloren hat während corona aber durch diese ganzen mikrotransaktionen fangen sie das ganze auf geldmäßig also es ist ein sehr komplexes sehr sehr interessantes thema wie ich finde ich finde es aber schön dass ich da mal in diesem maße mit beschäftigt wurde und bin jetzt einfach mal gespannt was oder ob es dazu überhaupt feedback von blizzard geben wird ob sie vielleicht darauf eingehen ob sie es nicht tun werden wir werden sehen aber ich wollte euch das ganze nicht vorenthalten schreibt mir also gerne auch mal eure meinung in die kommentare und damit danke fürs zusehen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag lasst es euch gut gehen und reingehauen